Was steckt wirklich denn? Hat wirklich Amir gesagt, dass sie ihn boxen will? In diesem Fall, wer deine Ohren langzieht. Das ist auch eine Redewendung, ich will dein Ohr langziehen mit einem Smiley noch dahinter. Und wer deine Ohren langzieht. Hier beweist der Amir, dass Jesus Gott ist. Und jetzt, hier. Jetzt, halt mal an. Dann schreibt Amir, was denkst du, wer du bist, du Monaphik? Geh erstmal abnehmen, bevor du große Töne spürst. Monaphik und abnehmen. Keine Beleidigung, wir sind Muslime, uns darf man beleidigen. So denken die. Subhanallah, ja, die möge Allah solche Menschen entweder recht leiten oder vernichten. Weißt du, was ich mit solchen Menschen wie dir in der Katastrophenzeit... Also jeder, der Deutsch versteht, jeder, der mal Deutsch war in Unterricht, in Schule, von mir aus sogar Baumschule, Hauptschule, Sonderschule, egal, der würde diesen Text verstehen. Aber Elia macht sich schwer. Warum? Die drei Minuten sind rum. Warum? Warum die drei Minuten sind rum. Das reimt sie sogar. Habe. Halt mal deine Füße still. Wir können auch einen Boxer organisieren. Du gegen mich, wir gehen live. Sag Bescheid, kleiner Internet-Rambo. Hier sagt er, wir gehen live. In der Katastrophe... Hält er ihn um. Boah, ey. Also er will live gehen mit mir. Und zwar zurück in die Vergangenheit. Maschallah. Und dann noch, sag Bescheid. Ja, ja. Sag Bescheid. Live. Elia sagt, das hier ist auch Vergangenheit. Hier, das ist gemeint. Boah, anstrengend, oder? Hört euch das mal an. Boah. Und nicht, dass er ihn schlagen wollte. Jeder, der Deutsch versteht einigermaßen, ja, und nicht auf den Kopf gefallen ist, der wird ganz genau wissen, live sagt Bescheid. Und wie das Text hier so geschrieben ist, ist es die Zukunft und die Vergangenheit. Weil hier hat er schon eine Fragezeichen gemacht, ja. Also, weißt du denn, was ich mit solchen Menschen wie dir in meiner Katastrophenzeit gemacht habe? Fragezeichen. Ich weiß nicht, was er gemacht hätte, ja. Vielleicht mir irgendwelche Unterhemde verkauft, oder ich weiß nicht. Aber hält mal deine Füße still. Wir können auch einen Boxkampf organisieren. Jetzt ist schon die Zukunft. Wir können. Du kannst dich auf Vergangenheit machen. Ich würde mit dir einen Boxkampf organisieren. Sondern wir können. Also, nur damit dieser, die Schlange hier, oder Mr. Bean jetzt, ja, versteht. Wir können. Also, wir können uns die Zukunft, ja, Elia? Also, Boxkampf organisieren. Du gegen mich und wir gehen live. Live kann gar nicht Vergangenheit sein. Live, vor Ort, direkt, ja. So, dass auch jeder sehen kann. Sag Bescheid, kleiner Internetrambo. Sag Bescheid bedeutet, willst du denn mit mir kämpfen? Sag Bescheid, dass wir live aufnehmen. Elia, oh, peinlich, oder? Subhanallah, überlegt mal, mit was für den Leuten Christen zu tun haben. Das sind Christen. Ja, das sind Christen. Subhanallah. Alhamdulillah, dass es keine Muslime sind. Das Video ist 40 Minuten. Er würde niemals hingehen und ihn schlagen. In seiner Zeit hätte er das gemacht. Abonniert das nicht. Vielen Dank.